Hallöchen Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge vom Let's Play Junkie Come Country, heute in Winkies Trampelfahrt. Nächste Level in dem Game, ich nehme heute mal eine Folge auf und morgen, zumindest in meiner Zeitrechnung, kriegt ihr die, weil ich das alles nicht geplant hochlade und ich habe schon die Folge für übermorgen fertig, aber noch nicht, also fertig hochgeladen, geplant, aber noch nicht die für, für, für heute, äh, für, für, ja, heute, die ihr gerade guckt, also, wenn ihr die gerade guckt, wahrscheinlich, also wenn die hochgeladen wurde, dann, ähm, kommt morgen, habe ich die für morgen schon fertig gemacht und die, die ihr jetzt gerade seht, mache ich jetzt erst fertig, also, also bei euch habe ich die schon fertig, ja, bei mir ist es halt, okay, gut, das ist alles zu kompliziert. Auf jeden Fall ist, oh Gott, auf jeden Fall werde ich mir bald ein Aufnahmemikrofon holen, damit meine Qualität noch besser ist, weil momentan habe ich ja nur ein 10 Euro Headset, was mit Outer City gute Qualität macht, aber, naja. Ach, es ist jetzt, wenn ich vor allem, vor allem, wenn ich mal hier sitze, womit jemand zu zweit aufnehmen, ist das Mikrofon sowas von ungünstig. Oh, nee, nicht Espresso, nur. Nee, das ist Expresso, ne? Espresso ist der Kaffee, oder die Kaffeesorte. Und das ist Expresso. Genau. Hat er nicht irgendein Let's Player neulich eine Folge von gemacht? Expresso oder Espresso? Da war irgendwie so ein, der ist nur ein Espresso und Expresso auf dem Sand, ne? Ich glaube, es war hier Mario Let's Player, oder wie er heißt. Sorry. Ich bin da irgendwie voll dumm, auf jeden Fall. Und sammle ich nicht mal viele Bananen rein. Ööö, also Bananen, was glaube ich hier? Ja, das sind Espresso, Expresso-Statuen. Ich sage jetzt Expresso, und der Kaffee ist Espresso. Jo. Weil Express, so wird ja besser passen. Deswegen denke ich mal an, dass es Expresso ist. Egal, auf jeden Fall drei Apps. Aber leider muss ich jetzt wieder von vorne anfangen. Das mag ich an diesen Dings nicht. Oder halt an meinen Speicherfass auch gut. Ich, nee, ist es von vorne? Oder hatte ich schon Speicherfass? Den Bonus hatte ich schon. Ich darf die Boni nicht vergessen. Boni, nicht Bonus. Irgendwo beim Runterspringen, da ist sie, glaube ich, noch wieder. Kann man nicht nach unten gucken? Achso, außerdem haben wir auch gerade den tierischen Helfer, von dem ich gerade den Namen nicht weiß. Der jetzt sowieso weg ist. Warte, war es das schon? Geh. Hm? Also einen Bonus haben wir auf jeden Fall. Sie finden das, sie sind vernünftig. Ich muss da noch... Ich glaube hier. Kurz vor allem war da, glaube ich. Irgendwie sowas war da, glaube ich. Warte mal. Nein. Hm. Warte mal. Ich. Fall jetzt einfach nochmal in jedes Loch rein. Und guck mal, was ist jetzt auch so. Geht sowieso nicht. Äh. Äh. Vielleicht haben wir ja alle. Mal sehen. Oh, wir haben sogar tatsächlich alle. Upsi. Okay. Gut, dann geht's als nächstes zu Loren Crash. Das ist eine... Dingsi, die man auch... Überspringen kann, wenn ich... Nicht gerade vollkomme. Genau, das ist aber nicht so einfach. Da muss man sich schon ein bisschen anstrengend machen, am besten niemanden selbst hält. Das ist gar nicht mehr so einfach. Man muss hier für so wohlbekommen. Genau, und hier ist dann die Abkürzung. Die bringt auch direkt hier hin. Ähm, und das ist dann... Oh. Ja. Da war nur noch eine fiese Stelle und dann seid ihr schon am Ende. Aber natürlich war... Ist es nicht unser Ziel. Wir zocken das Level natürlich regulär durch auch. Und das ist jetzt ein bisschen Adrenalin im... In den Parts, die ich vorher schon mal aufgenommen hatte. Wo mein Ton vollkommen leise war. Weil ich da erstens mal noch nicht das Headset hatte und zweitens mal noch nicht mal Outer City benutzt hatte. Ähm. Momentum hat man mich kaum gehört. Habe ich ja schon mal in Part 2 erzählt. Und deswegen nehme ich das alles hier nochmal neu auf. So, Uffa. So, Uffa. Und jetzt lobe ich meinen Save-Stat nicht. Weil das ist dann... Schon ein bisschen Noob-mäßig würde ich zwar gerne. Ich wäre beinahe auch auf den Tast drauf gekommen. Aber habe ich nicht gemacht. Außerdem in diesen Loren-Level... Leveln gibt es keine... Keine Bonusse. Boni. Entschuldigung. Gut. Ach, diese kleinen... Vollspuleinlage geht zur Zweite. Dum, 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 dum. Die Musik ist auch mal wieder episch. Dafür ist das Level aber umso schwerer. Ich will mir die Bananen haben. Obwohl ich mir gar nichts bringe. Oh. Fuck, oh Gott. Oh, ein Glück. Was? Dum, dum, dum. Ah, ah, ah. Fuck. Nein. The Fail. So. Nächster Versuch. Und hier geht's lang. What? Boah, was ist denn gerade mit einer Tonspur los? Die wackelt, glaube ich. Warum so richtig so... Blablablabla. Und diese blablablabla. So richtig so... Blablabla. Zu Hunden werden. Dem, dem, muuut. Oh, fuck. Didi. Oh, Mensch, Didi. Massen. Oh, fuck. Das hat man davon, wenn man zu viel vorspult. Oh, das ist abhabe... Nein! Oh, nein! Der geht schnell weiter. Oh, Mann! Ich meine, die Turnspur dann so... Voll... Voll... Wollen... Oder nicht? Was wär's denn noch? Oh, what? Ich bin so blöd... Nicht zu viel speeden jetzt! Äh... Mensch, so viele nehmen haben wir noch wieder... NICHT! NICHT! Mensch, war's knapp! Jetzt haben wir beide Kongs! Im Moment? Noch? Wo? Ja, one-up! Aber es geht weiter, es geht weiter! Wir haben noch Didi! Didi muss jetzt alles richtig... DIN! Nein, natürlich nicht! Das war mir jetzt, ne? Mensch, Didi! Was machst du denn an? Was machst du denn an? Was machst du denn an? Ja... Ach... Nicht meine Schuld! Es war Donkeyschuld! Was machst du denn an? Was machst du denn an? Was machst du denn an? Äh... Ich bin... Babo! DK! Nicht... Kein Babo! Ein Abo! Abo! Was ist das? Na, lassen wir das! Gut! Iti- Ha-ha-ha... Do... Fuuuuck! Uehh... Also einmal ganz kurz... Auf die Tasse... Ach Mensch! Ich habe B und nicht A gedrückt! Ach nee! Man muss ja sogar B drücken! Oh, hm? Hä? Hey! Dann habe ich halt B- Dann habe ich, ich hab B gedrückt! Ich hab... Ich hatte aber B gedrückt an diese Einstellung. Na wahrscheinlich zu spät. Ich hab aber gedrückt, das sind so die Noob-Aufsprüche, die aber auch große Let's Play verwenden. Damit meine ich aber jetzt nicht, dass ich große Let's Play bin. Ich bin ein kleiner Let's Player. Anziehend wurde ein kleiner und schlechter Let's Player. Zumindest was Kremlings aus dem Weg Hüpfen angeht. Und auch was Deutsch angeht. Drück! Okay, lassen wir das. Ähm, so. Das ist so lustig, wie man so links neben einem beobachten kann, was mit der Audio... Also wie das so aussieht, wenn man jetzt so... Wenn jetzt... Fuck machen, dann ist das so... So dingsig und wenn ich so... Hallo! Ist so ein bisschen so krachig so. Und wenn ich so... Dann ist das so 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 glatt. Und wenn ich so... Und dann ist das so ein kleine Piepsys. Und wenn ich jetzt... Ich muss mich nicht mehr anstrengen, und ich kann nicht sehen, und ich muss mal wenn sie es nicht machen, und ich bin so schlauchig. Gut, weiter geht's. Zack und zack. Oh, das war jetzt aber wirklich dumm. Das war pure Dummheit. Pure, pure Dummheit. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaub, ich glaub, ich mach heute mal 20 Minuten. Auch wenn's dann vielleicht ein bisschen asynchroner, grüner, asynchroner sein könnte... Aber... Naja. 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 Passiert halt. Was ist denn grad los mit mir? Nee. Jetzt muss hier aber wirklich mal was geschehen. Wah. Okay. Oh, Banana. Digay. Oh, Banana. Oh, Mensch, Digay. Oh, Banana. Digay. Hey, Digay, das streng nicht an. Oh, Banana. Digay. Oh, Banana. Oh. 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 Digay. Digay ist weg. Ja, ich schaff das hier schon alleine. Ech, Digay ist so schlecht. Guck, da sie... Guck. Da siehst du, wir sind schon viel weiter. Wenn ich hier zock. Tja. Na, da siehst du mal, wie skillig der Didi ist. Na, der gute Didi. Hast du gesehen? Ich skill hier voll ab. Ja. Ja. Und... Bei Digay haben wir voll geloos. So, und jetzt kommt noch ein Kremlin. Kremlin. Und siehst du? Siehst du? Hast du das gesehen? Nein. Ich hab die ge... Oh, und. Null Problema. Selbstwert. Haha. Einfach nur weil Level. Ich werde dich einfach nichts nutzen. So. Hier kommen wieder Bonuss. Oh, ne. Wie? Wie? Du weißt du uns, dass du alle Bonusser kennst? Äh. Na, natürlich kenne ich alle Bonusser. Was denn noch sonst? Äh, zuerst brauchst du hier so ein Rad. Das musst du, glaube ich, hier so machen. Ich glaube, das war irgendwie so. Hier musst du irgendwie hochkommen. Wo? Äh, wo? Das weiß ich natürlich auch. Aber das fällt mir grad bloß nicht ein. Didi? Du weißt es, aber die fällt es grad nicht ein. Und? Was war das jetzt? Äh, das... 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 Das Mussel. Achso. Ja, seit wann das denn? Naja, seit, 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 seit ich ein Skiller bin. Aha. Gut, Leute. Also ihr wisst, dass die... ...der ultramäßige Skiller des Jahres 2000 und... ...Biene ist? Äh... Zunge? Ah! Seht ihr? Habt ihr wieder gesehen? Wie es gelichtet Didi ist? Ja! Habt ihr? Wart ihr beeindruckt, ne? Jaja. Hehehe. Gut, jetzt, jetzt, jetzt. Damage ich euch kaputt. Damaging! Habt ihr gesehen? Und ich hab sogar noch ne bessere Taktik. Ich schaue einfach im Internet nach. Ich bin der ultramäßig starke Didi. Hier. Ich mach mal fertig. Didi. Didi. Keiner braucht Donkey. Didi. Übertreibst du noch nicht. Ja. Keiner braucht Donkey. Das hast du doch in Donkey Kong Country 2 gesehen. Der Lappen, der hat sich da einfach fangen gelassen. Didi. Jetzt fang auch nicht nur an, irgendwelche Geschichten von Donkey Kong Country 2 zu erzählen. Wir sind hier noch nicht mal in Donkey Kong Country 2. Das ist noch gar nicht geschehen. Äh... Ähm... Mit diesen Lügen. Natürlich ist das schon geschehen. Und zwar... Äh... Und zwar... Äh... Äh... Tja, Didi. Da hast du ein Rizeroshorn gefunden. Was? Rizeros... Was? Bitte was? Bitte was? Bitte was? Hier ist Game Over. Game Over. Ähm... Ähm... Didi. Was war das denn? Didi? Didi? Was machen wir jetzt? Was? Ach, Didi. Nee, ne? Was? Nee, nee, nee. Was? Gar nichts ist passiert. Ich hab's gesehen, wie ich rumgeskillt bin. Oh ja, ne? Guck mal, ich kann sogar die Taste drücken. Jo, läuft bei mir, ne? Jo, und ich glaub, ich kann sogar sagen... Wenn ich mich anstränge, kann ich glaube ich sogar sagen... Wenn ihr das Video gefallen habt, könnt ihr einen Daumen hoch geben. Im nächsten Part geht's dann in diesem Level weiter. Wir haben in diesem Part 2 Level geschafft. Aber naja, ist Donkey schuld. Also, kennt ihr ja. Und ähm... Dann... Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann! Und ciao! Und schaut auch auf meinen Channel dabei. Wobei... Didi Kong Gaming... The... The sexiest channel in the world. Und mein Englisch ist very good. You don't know it. But I don't even know... Didi, was sagst du schon wieder? Eeeh! Juky! Und das war's für diesen paar Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, könnte er noch mal hochgehen. Wie die die schon gesagt hat... Und schaut bloß nicht bei dir die Schände vorbei. Da, macht das! Didi, du bist grad tot, du kannst nicht berechen. Eeeh! Naja... Juky! Banana! Doki! Oh mein Gott! Auf jeden Fall! Bis zum nächsten Mal, Leute! Bis dann! Und... Ciao! Ciao!